Hey, yo, liebes RTL-Star-Magazin, you are watching, my name is DJ Bahnhof 21, ich melde mich hier, live aus Hollywood, aus Los Angeles, ich mix gerade meinen neuen Hit, wir kommen wieder ab. Hab ich selber gemacht, bin ja schließlich DJ. Bald, äh, Moment mal, mein Vibrator meldet sich, Moment. Frank Hoffmann, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ey, Alter, yo, Brother, DJ Pate, yo, Sascha Gerechte aus Stuttgart, Alter, was? Hast du mir wieder drei Jahre geschickt? Hast du mein Webcam gekackt? Ja, ha, na, 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 ich bin in Hollywood, in Los Angeles, ja, ja, natürlich, klar, du. Na, na, ich, weisch, ich hab mir das, ich hab mir das hier in den Los Angeles genauso eingerichtet, wie der Heim, weisch? Weisch, Sascha, wegen die Vibes und die Fläche und so, weisch, wegen der Spirit. Na klar, kannst du mir glauben, Alter. Jo, Brother, jo. Heute geht es gerade ganz schlecht. Kannst du nicht rüberkommen zu mir. Aber weisch, ich habe gerade die Mauer im Haus. Jo, DJ Brandhof 21, have the painters in the house, alter Brother. Jo, Alter. Koksnase, he. Gehen wir heute Abend wieder ein bisschen auf die Walz mit den Stars und so. Ja, ich sehe die immer im Fernsehen. Da bin ich ja jetzt auch bei RTL, gell. Im Star-Magazin, ja. Alter, mit wem gehen wir heute Abend weg, he. Jo, Brother. Ja, mit der Heidi Klum. Oh, du, aber unter einer Bedingung, ja. Sagt der Alte, wenn die euch mal zu mir sagt, sie hätte kein Foto für mich, dann stand die auch von Gang, gell. Muss ich mir nicht bieten lassen von der dummen Kuh. Weisch, Pate. Ich finde den Gag nämlich total scheiße, ja. Ich bin doch keine Witzfigur. Ich bin international bekannter DJ, ja. DJ Bahnhof 21, ja. Bald, ne. Jo, DJ Pate ist in der Haus. Sascha, gerecht, du, ich seh dich jeden Tag im Fernsehen, gell. Ich bin ja auch jeden Tag im Fernsehen. Bald. Ja, das hab ich dir schon gesagt, ne. Weisch, ich mach ja grad den deep, 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 hardcore, underground, dub, 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 step, brettig. Wir kommen rüber. Jawohl, äh, wieder. So heißt das, ja. Neu ist kein deutscher Schlager, Alter. Alter, was denkst du von mir? Hey, ob ich noch einmal Frank Hoffmann zu mir sagst, gell? Na bin ich fei sauer. Mein Name ist jetzt DJ Bahnhof 21. Schreib dir das auf den Hemdkragen, du DJ, du. Ah, bestreng dich mal an, du. Was? Keine Ahnung, wer soll denn das sein? Uwe Hacker, legendärer DJ aus Stuttgart, Perkins Park. Puh, ich kann doch nicht jeden Bus fahren können. Jo, Brother, ich mach mich jetzt kurz frisch, ja. Sollte was mitbringen. Ist genügend da, dann schlüpfe ich schnell in mein Eddie-Style und dann komm ich rüber, gell. Pass mal auf. Kannst du mir du dein Heli schicken? Was? Äh, töööö. Ich hol doch nicht den Porsche aus der Garage. Für die 700 Meter. Würde er wohl drin sein. Als internationaler bekannter DJ und bester Freund von DJ-Party ist in der Haus. Jo, Alter. Black Brother. Ja, ich komm rum. Ja, schickst du den Heli vorbei, gell. Und, Sascha. Sagst du doch, hey, die Klumse soll ja kurz halten, gell. Ja. Jo, Brother. Schliesslich sind wir beide VIPs, gell. Bis gleich, alter. Der Sascha, gell. Kumpel von mir. DJ-Kumpel, gell. Äh, yo, RTL, yo, gell. Äh, scheiß, Heidi, ich glaube, die soll bloß hier dummer schalten, du. Sonst hau ich einen rein. Ja, ich glaube, das ist ein, 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 Vielen Dank.